Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin bei 29.500 US-Dollar. Die FED hat ihre Zinsen erhöht, genauso wie es prognostiziert war, also wirklich nichts Spannendes Neues. Gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Bitcoin daraufhin erst einmal ein bisschen unentschlossen, deswegen gestern Livestream war cool. Die Rede danach, komme ich jetzt auch gleich nochmal dazu, war einfach komplett für den Arsch wie immer. Deswegen haben wir das nicht mehr gestreamt, aber ist völlig egal. Bitcoin danach ein bisschen gepusht, hat sich unser Ziellevel geholt und ist dann etwas nach unten hingegangen. Auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt alles an, wie jetzt die möglichen Trades aussehen, warum kein offizielles Short-Setup kam, trotzdem manche Short gegangen sind, auch das werden wir uns anschauen noch bevor wir starten. Wie immer dem Video gerne ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und wie immer gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News etc. kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne meine Partnerbörse BingX abchecken, dort kriegt ihr weiterhin 50 USDT, also ein 20 und ein 30 USDT trade for free, wenn ihr euch anmeldet und 100 USDT als kleiner Botschutz einzahlt. Also gerne die Börse abchecken zum Testen, Link ist auch unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan so zwischen 29.400 und 29.500 US-Dollar. Es ging in der Spitze bis auf knapp 29.700 US-Dollar. Natürlich, die FED hat die Zinsen erhöht, darauf brauchen wir jetzt nicht näher eingehen. Der Sinn und Zweck von der ganzen Rede habe ich dann gestern hier mal ganz kurz zusammengefasst. Wir müssen die Inflation dauerhaft nach unten sehen oder niedrig halten. Das war der erste Satz. Der zweite, wir entscheiden von Meeting zu Meeting, das war die dritte und das ist einfach Paul als Fettgott. Also, wen es interessiert, schaut euch das gerne an, aber im Endeffekt fasst es wirklich so die Rede zusammen. Deswegen haben wir auch gestern oder ich dann gestern gesagt, es bringt nichts, wenn wir jetzt einfach nochmal eine Stunde am PC hocken und uns einfach diese dumme Rede anhören, weil nichts bei rumkommt. Auf jeden Fall Bitcoin dann, wie gesagt, erstmal ein bisschen nach oben gepusht. Wir haben das Golden Pocket, wo wir darüber gesprochen haben, erst einmal nach oben hin durchbrochen. Nur, mir war gestern etwas mulwig bei der ganzen Sache zu sagen, okay, über Nacht diesen Short Trade aufzumachen. Ihr wisst, die Idee war hier, das Golden Pocket mit dem 0.786er zu shorten. Haben auch viele anscheinend gemacht, so wie wir es gestern im Livestream beschlossen haben. Kam halt kein offizielles Setup, trotzdem 29.600 wäre der Entry hier grob gewesen. Einfach in dieser Ineffizienz, hat er perfekt abgeholt, ist danach auch unten, hat den ersten Take Profit theoretisch geholt. Und jetzt sehen wir hier wieder so eine leichte Erholung. Wir haben noch kein tieferes Tief gebildet. Mir gefällt aber diese ganze Tatsache nicht, dass es keinen größeren Abverkauf kam. Diese ganze Bewegung gestern war relativ, ja, relativ langweilig, kann man schon ehrlicherweise sagen, dass es nur kurz hoch ging. Wir haben die Shorts gekillt und dann aber auch mit einem höheren Tief. Und das ist eher das, was mich momentan so ein bisschen davon abhält, hier noch einen weiteren Short zu machen. Vielleicht im Laufe des Tages, dass wir dann hier jetzt nochmal Richtung Doppeltop gehen. Aber so lange, sobald wir hier oben wirklich rüberbrechen, über diese Marke von 29.900 US-Dollar, sehe ich ganz klar, dass wir nochmal Anlauf hier Richtung 30.000, 30.400 US-Dollar starten. Und das ist das eben, was mich momentan so ein bisschen von diesem Short-Charakter derzeit ein bisschen abhält. Ihr wisst, ich bin long. Bleibe ich auch erst einmal noch, weil sich daran nichts geändert hat. Aber Short warte ich jetzt, wie gesagt, noch, dass wir vielleicht nochmal dieses Hoch hier oben abholen oder dann sowieso komplett nach oben hindurch brechen. Für alle, die Short sind oder die es mitgenommen hat, macht ein Stop-Loss Entry den Profite und beobachtet die ganze Situation. Wir haben heute noch das Bruttoinlandsprodukt. Das kommt heute auch noch. Kann ich auch mal ganz kurz darauf eingehen, was heute für News anstehen, weil das ja aus dem Wochenausblick immer schon ein paar Tage her ist. Wir haben PCE, Kernrate, Preisindex, wir haben das Bruttoinlandsprodukt, wir haben natürlich auch, wo haben wir es, wo haben wir es, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe, als er kommt heute noch eine Menge, was eben auch dazu führen kann, dass hier nochmal deutlich mehr Volatilität reinkommt oder dass die Zahlen extrem bullish sind, dass das Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist, obwohl es eigentlich fallen sollte. Dann sehen wir nämlich eben diesen Push nach oben und da möchte ich ungern jetzt in einem Short drin sein, der dann komplett ausgestoppt wird. Also deswegen für mich persönlich oder für die Gruppe bleibe ich jetzt erstmal dabei, wir warten erst einmal noch ein bisschen ab. Sollten wir hier oben dann eine Gegenreaktion sehen nach 14.30 Uhr, das heißt nach 14.30 Uhr die Zahlen sind vielleicht nicht so gut, dann können wir darüber nachdenken, okay, wir machen hier oben an so einem kleinen Doppeltop ein Short auf und dann ist auch weiterhin. Und das Ziel bleibe ich auch erstmal noch dabei, dass das Ziel übergeordnet, da gehen wir mal in den 4-Stunden-Timeframe, da sieht man es besser, hier unten eben die Box zwischen 27.600 und 27.000 US-Dollar ist. Das ist das Golden Pocket, das würde das Void füllen, die Ineffizienz und einen schönen Retest darstellen. Aber das, wie gesagt, warten wir jetzt erstmal ab. Interessanterweise, wir haben uns die Ineffizienz geholt und der 4-Stunden-Close war wirklich shady, also richtig beschissen, sieht man hier ganz gut. Wir haben die Ineffizienz hier oben gefischt, wir sind sogar, ja, die Supply haben wir nicht gefischt, aber auf Daily-Sicht sind wir hier auch noch nicht reingekommen. Also das heißt, wir haben schon noch ein Push-Potenzial, ein minimales da, wir haben einen sehr, sehr langen Docht, heißt für uns oder für mich jetzt persönlich, ich warte jetzt, dass wir hier nochmal hochkommen, in die Supply möglicherweise, vielleicht so bis 29.700, 29.800 und dann eben diesen Retest nach unten hinkriegen. Denn, jetzt nochmal auf den Daily-Chart zurückzukommen, wir haben hier oben auch bei 29.800 die Daily-Supply, wäre perfekter Retest dieser ehemaligen Range und dann können wir weiter tiefer abverkaufen. Also das ist jetzt erstmal für heute der Plan, nochmal ein Stückchen hoch, Doppeltoppel in Auge behalten, den Wig nochmal abfischen mit der Liquidität, die da sich gestern gesammelt hat, durch die ganze Fettsache und dann schauen wir weiter und nehmen dann sehr, sehr wahrscheinlich auch den Short mit, dann aber wirklich bis nach unten. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum, auch hier tut sich ehrlich gesagt gar nichts, also wirklich nichts derzeit, keine Bewegung, brauchen wir auch jetzt nicht näher darauf eingehen, wir sind in einem Downtrend, wir haben noch kein höheres Hoch gebildet, das ist das Einzige und mehr gibt es hier auch nicht zu sagen. Also da brauchen wir uns echt nicht länger darauf anhalten, das ist wirklich undötig. Also Downtrend, kein höheres Hoch, weiterhin eher ein tieferes Hoch, noch derzeit, bricht Bitcoin nach oben hin aus, wird das Ethereum auch treffen, aber hier kein wirkliches Chart-Setup, wo ich sagen würde, okay, da müssen wir jetzt unbedingt rein, deswegen eher auf Bitcoin. Gehen wir aber nochmal ganz kurz zum Dollar rüber, weil sich da dann gestern auch nochmal was getan hat, das war ja eigentlich so das Hauptszenario, wo wir dann gesagt haben, okay, Mindestziel 0,5er, Maximalziel Golden Pocket, wir sind nur bis zum 0,5er gekommen, die Richtung danach war aber gleich weiter nach unten hin. Natürlich Fett Zinsentscheid grundsätzlich bullisch, ja, Zinsen steigen, aber für einen Dollar ist es natürlich komplett abartig und in dem Sinne wollte ich dann nochmal ein ganz kurzes Update geben zum Euro, der sich hier schön in unserer Supportzone erst einmal getroffen hat. Ihr seht hier Setup-Technik wieder das Zeichen und momentan eher ein bisschen Erholungszeitraum, aber hier wird es jetzt auch darauf ankommen, wie wir uns in den nächsten Stunden verhalten, denn wir sind auch hier im Golden Pocket rejected. Also das könnte heute noch interessant werden für den Tag, dass wir auch hier gegebenenfalls nochmal einen Rücksetzer sehen, dann einen doppelten Boden bilden und weiter nach oben pushen. Auch hier wird dann natürlich zu gegebener Zeit das Setup dann kommen. Short sind übrigens drei Take-Profits genommen, den wir hier oben mitgenommen haben, der ja perfekt abgeholt wurde. den Long, wie gesagt, verlängert, ist er jetzt hier unten in der Box. Ersten Take-Profit nehme ich jetzt oder habe ich genommen und neuer Trade für alle, die die alten nicht mitgenommen haben, werde ich dann sehr wahrscheinlich dann eher hier unten aufmachen, dass wir hier auf dem doppelten Boden nochmal schielen und dann die Bewegung nach oben hin mitnehmen. Gut, und damit würde ich sagen, war es das für das heutige Update-Video. Wie gesagt, viele News heute um 14.30 Uhr, also da extrem auf Volatilität achten, aufpassen und ansonsten bleibt von mir nur zu sagen, eventuell heute Abend Livestream. Weiß ich aber noch nicht ganz, kann ich auch nicht versprechen, weil ich eventuell noch einen Termin habe, aber ansonsten kriegt ihr da auf jeden Fall Bescheid. Gut, dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Startet gut in den Tag, hoffentlich erfolgreich und das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.